Ich werde ihm sagen, ist schon gut, Spike, ich verzeihe dir. Dann kommt er mit mir zurück. Und was ist, wenn er mir nicht verzeiht? Oh nein, nein, nein. Wenigstens kann man die Stachelschwanzspuren gut erkennen. Oh! Aber das sind keine Stachelschwanz-Fußspuren. Hoffentlich ist der, der diese Spuren gemacht hat, inzwischen ganz weit weg. Jap, jap, jap. Ist ganz schön einsam hier. Spike! 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 Hey, das ist lustig, ein Zurücksprecher. Spike! 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 Sogar meine Schritte haben ein Zurücksprecher. Oh! Seht euch doch nur mal diese Felsen an. Wisst ihr eigentlich, wie lange sie schon da stehen? Es ist fast so, als ob sie auf uns warten. Ich weiß sehr gut, wie die sich fühlen. Die Natur ist einfach wunderschön. Ich habe sowas noch nie zuvor gesehen. Noch nie? Was sage ich da? Ich meine, ich, äh, ich, äh... Meister Plattnase, ich möchte nicht unhöflich sein, aber... Ist das Ihre erste Reise ins Geheimnisvolle Jenseits? Na ja, also... Ich, ähm... Ducky! Grundgütiger. Pidri, Vera, helft mir! Hey, du Dummzahn! Wollen wir spielen? Meister Plattnase, aus dem Weg! Wie war das gerade? Ach so, ich verstehe. Ja! 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 Ich bin so froh, euch zu sehen. Jap, jap, jap. Vorsicht, es ist glatt hier. Tippi Spike trödelt nicht so rum. Was ist denn da drüben los? Spaß, Spaß, Spaß! Oh! Ah, es hat keinen Sinn. Warum lasst ihr mich nicht einfach hier zurück? Das können wir doch nicht tun! Ich halte euch nur auf und ich kann... Ich kann keinen einzigen Schritt mehr laufen. Ich kann mich natürlich auch irren. Weg hier, weg! Was ist denn da los? Schneller, Vera, wir müssen hier weg! Ich kann nicht schneller! Was mache ich hier eigentlich? Ich sollte die Jungen beschützen und nicht wie ein Feigling einfach weglaufen. Ah! 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 Autsch, das weh getut. Meister Plattnase? Danke. Du möchtest Spike wieder zurückhaben, nicht? Ich würde auch nicht mehr schimpfen, wenn er mir keinen Platz im Nest lässt. Nein, nein, nein. Wenn er doch nur... Spike? Spike? Spike! Spikey! Oh, er wäre endlich Spike! Komm, komm, komm. Du liebe Güte! Reicht das, reicht das für uns alle? Na ja, ihr... Aber natürlich, bedient euch! Ich hab schon gedacht, ich würde euch alle nie wiedersehen, Kinder. Ich bin ja so froh. Whoa! Spike, pass auf! Spike! Spike kann nicht schwimmen! Hilf ihm doch! Sie hat ihn! Sie hat ihn! Ja! Ja! Ja, das war meine Mama! Meine Mama hat das gemacht! Jap, jap, jap! Mama, du hast es geschafft! Du hast ihn gerettet! Aber natürlich! Er ist doch mein Junge! Ich denke, es ist klar, wo Spikes richtige Familie ist! Wir werden dir ewig dankbar sein, dass du unsere Herde gerettet hast! Du kannst uns immer besuchen, wenn du willst! Nicht wahr, Tippi? Tippi hat Spike lieb! Ducky hat Spike auch lieb! Ab jetzt darfst du so viel Schlafgebummel machen, wie du willst! Ich werde mich nie mehr darüber aufregen! Oh nein, nein, nein! Oh nein, nein, nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Alle Famili...